Ah ne Ne, das wollte ich auch nicht, ich wollte da eigentlich bleiben Sicher ist sicher, wie gesagt So, was sollen wir jetzt versenken? Oh, ein dickeres Schiff, das wird spaßig Oh, leid, zu feiern Und feuer Verzeih, zieh, geht hier Feuer 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 Gehe, schädig Leidet nach Macht schnell Gewandel, Feuer Alter, da kommen ja immer mehr Schiffe. Juhu, voll daneben, ihr Spacken. Oh, 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 oh. Ja, ja, schon klar, auf die Klippen achten, ist ein guter Tipp. Alter Schwede, ja, ja, ist ja gut. Jawohl, ja, das haben wir versenkt. Ach, alle soll ich hier versenken, na gut. Ah, da ging das meiste in die Hose davon. Bam, das ist schon mal weg. Ach, desto länger man zielt, desto genauer wird das auch. Ist ja gut, dass ich das auch mal herausfinde. Oh, verdammt, da war ich mal wieder zu voreilig. Oh, da ging das meiste davon daneben. So, ich finde. Haben wir das? Nee, schaffen wir nicht, ne? Alter, wie viel feuern die denn bitte ab da? Ist das dieses Schrotzeug? Alter, ihr kleinen, miesen Ficker, ne? Ihr wollt's ja wohl nicht anders. So. Alter Schwede, wir haben da ein paar tote Leichen liegen. Ja, ja, scheiß drauf. So. Bevor ich die nächste starte, ups, mach ich nochmal kurzes Päuschen. Ne? Ach, lad schneller, komm schon. Naja. So, wir machen dann gleich hier die letzte noch mit. Ähm, bis gleich. So, ich bin wieder da und ich würde sagen, wir starten direkt die Mission hier. Laden, joa. Götter zu. So. Jetzt aber. Ein Unikat. Heißt die Mission. Ich bin mal gespannt, worum es geht. Okay. Ich belasse es mal kaum. Volles Segel. Vollgas. Wir haben eh nicht so gute Fahrt. Sind wir so wenigstens etwas schneller. Und gleich kommt wieder so eine üble Seitenböe. Boom, Nummer 1. Juhu. Jawohl, das haben wir versenkt. Ja, okay. Vielleicht etwas übertrieben. Oh, verdammt. Zu spät gesehen. Jawohl, dreifach Abschuss. Ja, lief doch ganz gut. Jawohl, ja. Ein Schiff nach dem anderen wird hier versenkt. Oh, oh. Ja, ja. Ist ja gut. Runter, runter. Uiuiuiuiuiui. Alter, ich versenkt voll viele Schiffe durch Ram. So, eines verbleibt noch. Kein Segel. Kein Segel. Keine Segel. Das wird nicht gehen, Sir. Bill reicht. Und tschüss. Ach so, halbes Segel, nicht volles. Oh, Gott. Oh, Gott. Erst mal das. Ach so, verdammt. Nice. Boom. Das war aber saumäßig knapp. So, besser als... Jawoll, das haben wir auch versenkt. Jawoll, und noch eines mehr. Achso, die haben das Schiff da zerstört, oder was? Okay, ich habe die Mission nicht ganz verstanden, aber gut. Hätte ich mir vielleicht vorher durchlesen sollen, ne? Naja, egal. Volle Synchronisation, so wie sich es gehört. Und dann sind wir auch schon wieder in Davenport. Und ich würde sagen, es wird mal wieder Zeit, ein paar... bisschen in Nahkampf zu gehen. Ne? So, ich gucke mal gerade auf die Map. Da gibt es nichts mehr zu erledigen. Wir müssen jetzt nach... Boston. Und ich würde sagen, Boston... Da gehen wir einfach jetzt mal mit unserem Schiff hier hin. Ne? Und ich will gleich mal gucken, wie ich die Axt jetzt ausrüsten kann. Finde ich nämlich richtig geil. Ah, und hier habe ich auch meine Assassinen wieder. Das vor kann ich noch nicht. Soll ich erstmal... Da ist ja in dem Bereich quasi das. Deswegen mache ich, glaube ich, da erstmal die Befreiungsmission, bevor ich mit der nächsten Hauptquest fortfahre. Ich denke, das ist ganz vernünftig. Ups, Entschuldigung. Och, komm, die pissen deswegen jetzt rum hier. Ah, das kommt doch hinterher. Fallt ins Wasser. Ihr könnt eh nicht schwimmen. Oh, verdammt. Die haben mich voll... Oh, doch nicht. So. Wo hier? 2.800 habe ich, ne? Ja. Hau ab! Komm ran, wenn du die... Du kriegst die nicht! Lass ihn in Ruhe! Alter, wie viele! Wo bin ich überhaupt? Ach, da bin ich. Ich bumm gerade. Ich habe mich gerade selbst im Tumult voll verloren. Och, komm, ist das wieder so ein Pisser hier. Jawoll! Jawoll! Einmal unaufmerksam. Jawoll! Komm, plündern wir mal ein bisschen, ne? Sechs Pfeile hatte der bei sich? Alter Schwede, okay. Warum auch immer. Ich will mich nicht beschwimmen. Ja, ich bin ein Plünderer. Ich könnte eigentlich auch mal wieder die auf Mission schicken, ne? Frisch von der Küste! Frisch von der Küste! Ich habe jetzt gerade nicht gelesen, was zornige Bürger machen. Verdammt! Hau ab! Komm ran, wenn du die... Du kriegst die nicht! So. Ach, kommt schon! Die Kamera ist gerade ein bisschen kacke. Gut, gut. Uh, Siedlungsmission? Was? Ach, komm schon. Wirklich? Ach, immer dasselbe mit denen. Ach, verdammt. Haben die mich doch noch bekommen. Hier, ihr kleinen Schwanzlutscher! Na, das kommt her. Ach. Alter, ja, genau! Weißt du, und das ist dann natürlich gerade dann, wenn ich den einen schon wieder hier erledigt habe. Ja, bam! Und der ist auch tot. So, was haben wir hier denn? Interagieren? Oh, cool. Ein Steckbrief, der irgendwie unsichtbar war. So, Kumpel. Na? Vielen Dank, mein Freund. Wir hatten wohl ein Bier zu viel. Macht den Klang meiner Stimme nicht. Ich hab nur mit dem Mädchen gerät. Oh, ein Franzose? Ich erkenne deinen Akzenten. Wo kommst du her? Aus dem Norden. Vor Vorste, die Welt. Was führt dich nach Boston? Ich bin eigentlich Bergmann. Doch ich finde keine Arbeit. Die Leute hören mich nicht an. Ich bin wegen meiner Akzent. Vielleicht ist unser Treff ein Schicksal. Ich komme aus einem Dorf ein paar Meilen nördlich. Dort gibt es einen Minionsatz. Ich weiß nicht genau, was ich darin... Was ist das Hade? Okay. Ich bin, hier.